Liebe Geschwister, ich würde gerne über ein Thema sprechen, was ich vor knapp einem Monat nur anschneiden konnte und heute nun im praktischen Sinne fortführe, insha'Allah. Vor knapp einem Monat habe ich über Homosexualität gesprochen und die islamische Sichtweise dazu, beziehungsweise über alle außerheterosexuellen, außerehelichen Beziehungen, denn alle außerheterosexuellen Beziehungen sind automatisch auch außerehelich und damit auch nicht statthaft in der Religion des Islam. Wir haben also über dieses Thema gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, in der auch andere Religionsgemeinschaften nicht nur die gesellschaftliche Strömung oder Strömungen innerhalb der Gesellschaft, Homosexualität für etwas nicht nur gesetzlich Erlaubtes betrachten, sondern auch als eine Lebenspartnerschaft, die der klassischen, traditionellen Lebenspartnerschaft in dem Sinne ebenbürtig ist, was das Zwischenmenschliche, was das Miteinander anbelangt, also auch im Sinne der Wertediskussion, abgesehen vom Recht, dass es im Bereich der Werte ebenfalls eine Beziehung ist wie eine klassisch-eheliche Beziehung. Und dass wir uns innerhalb dieser Gesellschaft dann auch automatisch positionieren müssen, denn wir werden bereits in der Schule im frühen Alter unserer Kinder damit konfrontiert und müssen mit unseren Kindern reden und auch mit unseren Mitmenschen, mit den Lehrern und Lehrerinnen, Pädagogen und überhaupt in der Gesellschaft unsere Stimme, unsere Position dazu geben. Ich habe auch über die Herleitung des islamischen Rechts gesprochen, das heißt, wie kommt es überhaupt zustande, dass ein Gebot existiert oder dass ein Konsens unter den Gelehrten existiert. Ich habe auch etwas über die Gelehrten gesprochen und auch die andere Seite beleuchtet, nicht immer nur die, die wiederholt wird, dass die Gelehrten streng sind und nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen können, nicht flexibel sind, nicht andere Situationen mit einbezogen haben. Das ist inshallah widerlegt in euren Herzen und ihr habt auch das Handzeug dazu, es gegenüber anderen zu widerlegen. Ich darf an dieser Stelle nur nochmal Sufjan Athaudi zitieren, einer der Großgelehrten des Fiqh. Er sagte, Wissen bedeutet Erleichterung von vertrauenswürdigen Gelehrten. Was die Strenge anbelangt, dazu ist jeder fähig. Streng sein kann jeder, liebe Geschwister. Aber Wissen, was ist Wissen, ist Erleichterung, die von einem vertrauenswürdigen Gelehrten ausgesprochen ist. Und wir hätten an dieser Stelle, dort wo Menschen Gefühle voneinander empfinden und diese in einer ehelichen Form ausleben wollen, wir hätten ihnen die Erleichterung gegeben, wäre es kein Konsens unter den Gelehrten und würde es nicht gegen klar formulierte Kur'an-Verse und Worte von Propheten Muhammad verstoßen. Wir hätten den Menschen diese Erleichterung gegeben, beziehungsweise das Urteil Allah Ta'ala überbracht, ohne irgendjemanden zu fürchten, von seiner Schöpfung. Das heißt, der Islam kann keine homosexuelle Beziehung in einem rechtlichen Rahmen anbieten. Das ist nicht ein Teil der Botschaft des Islam. Aber ich will euch etwas sagen, was der Islam anstelle dessen bieten kann. Und das, was vielleicht viele Homosexuelle auch suchen, beziehungsweise gesucht haben, eine wahrhaftige Männerfreundschaft, eine wahrhaftige Männerfreundschaft, eine intime Männerfreundschaft, die mit einschließt, dass man diese freundschaftliche Liebe auch durch Körperkontakt ausdrückt. Keinen sexuellen Körperkontakt, aber durch freundschaftlichen, menschlichen Körperkontakt. Als Jibril, a.s.w., in Form eines Mannes zum Propheten kam, sallallahu a.s.w., um ihn rhetorisch nach der Religion zu fragen, wie hat er sich hingesetzt? Sie saßen Knie an Knie und Jibril, a.s.w., legte seine Hände auf die Oberschenkel vom Propheten Mohammed, sallallahu a.s.w. Ich kann euch knapp zehn Ereignisse aus der Sira berichten, wo der Prophet Mohammed, sallallahu a.s.w., und das nach nicht mehr als fünfminütiger Recherche, nicht mehr als fünf Minuten hat das gedauert. 300 Sekunden. Knapp zehn Ereignisse berichten, wo der Prophet Mohammed, sallallahu a.s.w., Körperkontakt aufgenommen hat, umarmt hat, einen Mann bei der Hand geführt hat, beispielsweise Ubey, als er ihm gesagt hat, ich werde dir den großartigsten Vers des Korans beibringen. Ich glaube, es war die großartigste Sura, Al-Fatihah, Verzeihung, nicht Ayat al-Kursi, Al-Fatihah, bevor wir die Moschee verlassen haben. Und er hat ihn bei der Hand genommen und ging Richtung Moscheeausgang. Und bei der Auswanderung nach Medina hat der Prophet Mohammed, sallallahu a.s.w., als er mit Abu Bakr in der Höhle war, hat seinen edlen Kopf auf den Oberschenkel von Abu Bakr gelegt und ist eingeschlafen. Das heißt, wenn hier vorne das Knie ist, hat er seine Wange auf das Knie gelegt und sein Hinterkopf war Richtung Abu Bakr. Und wie gesagt, viele weitere solche Ereignisse, die nicht weiter thematisiert werden müssen, das, was ich euch bereits gesagt habe, ist authentisch und wie gesagt auch bekannt. Und vielen unter euch die nun hier sind, viele Orientalen, viele Südländer, die kennen Ähnliches auch. Beispielsweise aus Italien, dass Männer dort und Machismo-Männer auch dort Hand in Hand laufen, einfach nur als freundschaftliche Geste, nicht als ein Ausdruck eines sexuellen Gefühls. Und wir leben in einer Gesellschaft, liebe Geschwister, und die meisten von uns sind hier zur Schule gegangen. Wir kennen das. Wenn sich zwei ein bisschen besser verstanden haben, dann hat man gleich gesagt, okay, das sind die Opfer für die schwulen Witze. Stimmt's? Und das ging Monate, das ging vielleicht sogar Jahre, solche Witze den Leuten dann gegenüber. Und ich sehe schon beim einen oder anderen schon so ein Lächeln, ja, an die Vergangenheit erinnert, in dieser Gesellschaft leben wir. Aber wenn wir schauen, diese Sorte von Witzen, widerspricht der Sira vom Propheten Mohammed, sallallahu aleyhi wassallam. Das ist ein Widerspruch. Auch als ich Muslim wurde, mit 17 Jahren, ich bin hier sozialisiert worden in dieser Gesellschaft. Ich bin hier zur Schule gegangen. Und nach und nach hatte ich diese Begegnungen für mich damals der dritten Art. Mein Koranlehrer, er nimmt meine Hand. Ich habe in dem Moment nicht mehr gehört, was er mir gesagt hat. Alles wurde praktisch schwarz und ich habe nur noch gemerkt, dieses Gefühl der Befremdung, dieses seltsame Gefühl, was ist das jetzt? Oder einer meiner Lehrer legt seine Hand auf meinen Oberschenkel. Und nicht nur kurz mal so, sondern die bleibt da liegen. Ja, dieses irritierende Gefühl. Einer meiner amerikanischen Freunde, der Muslim geworden ist, der ist irgendwann in die Moschee so reingelaufen. Assalamu alaikum. Ja? Er hat diese ganze Wangenberührerei und Umarmerei auf diese Art und Weise. Das hat ihn sehr stark irritiert. Damit kam er nicht klar. Aber, liebe Geschwister, wir merken, es widerspricht unserer Religion. Alhamdulillah, über die Jahre hinweg habe ich diese seltsamen, unnötigen, unnatürlichen Gefühle komplett ablegen können. Einer meiner besten Freundinnen in Ägypten, als ich bei ihm übernachtet habe, wir haben übernachtet, wir haben geschlafen im selben Bett. Es ist ein großes Bett gewesen. natürlich unter zwei verschiedenen Decken. So etwas zu erzählen in dieser Gesellschaft irritiert natürlich vielleicht. Vielleicht gibt es auch einige unter euch, die ein bisschen irritiert sind. Ich sage euch, woran das liegt. Weil in dieser Gesellschaft Raum für nähere Männerfreundschaften nicht gegeben wird. sofort wird das Ganze sexualisiert, homosexualisiert. Das heißt, wenn man hört, der hat mit ihm in einem Bett übernachtet. Komische Gedanken kommen hoch. Aber diese Gedanken, liebe Geschwister, sie sind krank. Sie sind krank. Jeder, der sie hat, er ist infiziert. Vielleicht sogar ist es gerade derjenige, der daran denkt, der muss ja schwul sein. Der selber unterdrückte homosexuelle Neigungen hat, die ihn dazu führen, zu sagen, ja, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, dann hätte ich sie aber ergriffen. Und dann, ja, dann muss er ja auch einer sein. Dass man von sich praktisch auf andere schließt. Aber ich habe keine Schwierigkeit darüber zu sprechen, weil ich Muslim bin. Ich bin Muslim. Und das widerspricht in keinster Weise, der islamischen Lehre. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wa sallam, dass zwei Männer nicht unter einer Decke oder zwei Frauen nicht unter einer Decke schlafen sollen. Ja? War da was gewesen? Nein. Ich habe meine Decke gehabt, er hat seine Decke gehabt. Er hat geschlafen, ich habe geschlafen. Fertig, aus. Wir sind aufgestanden, haben Fajr gebetet und unser Leben ganz normal weitergelebt. Aber wie muss es jemandem gehen, liebe Geschwister, der diese freundschaftlichen Gefühle in seinem Herzen trägt, einem anderen Mann gegenüber? Oder eine Frau einer anderen Frau gegenüber? Wobei, wir dort ehrlich sein müssen und sagen, ja, Frauenfreundschaften, die sind so, die sind bekannt für diesen intimeren Körperkontakt, der nicht sexuell ist natürlich. Ja, die massieren sich gegenseitig und bemalen sich mit Henna und, ja, die sind da, ja, immer die, 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 die nähere Begrüßung. Das ist so bekannt. Das heißt, es geht mehr um eine Männersache hier gerade. Stellt euch vor, ihr wacht eines Tages auf, ihr seid nicht als Muslime erzogen worden, zwar als Muslime geboren, wie jedes menschliche Lebewesen, aber ihr seid nicht als Muslime erzogen worden und eines Tages merkt ihr, ihr mögt einen Mann irgendwie, ihr wollt den mal umarmen. Ja? Ihr wollt mal denen zeigen, ey, du bist mir echt wert, du bist mir wirklich etwas wert in meinem Leben. Und dann am Ende der erste Gedanke, den ihr doch hättet, Horror, oder? Horror. Weil es wird für mich bedeuten, gegen den starken Strom in der Gesellschaft schwimmen zu müssen, ja, der Homosexuelle natürlich verurteilt. Kennen wir diese Hadithe, wo es heißt, dass es eine Zeit geben wird, wenn man eine Sunna vom Propheten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wiederbelebt, man wird den Lohn bekommen von, ja, von Märtyrern, verschiedene Überlieferungen, 70 und 100, Allahu alam, wie stark sie sind, diese Überlieferungen, aber sie sind in der Sache gedeckt, denn der Prophet sagte ja sallallahu alayhi wa sallam, frohe Botschaft denjenigen, die etwas von meiner Sunna wiederbeleben, nachdem es verlassen worden ist. Das heißt, das Prinzip steht und Hadithe, die vielleicht nicht den stärksten Grad an Authentizität aufweisen, können, um dieses Prinzip zu stützen, auch verwendet werden, ja, gemäß der bekannten Argumentation der Gelehrten. Das heißt, ein schwacher Hadith kann niemals etwas etablieren, aber ein schwacher Hadith kann etwas erzieherisch unterstützen, was bereits etabliert ist. Und liebe Geschwister, ich glaube, in einer Gesellschaft wie der heutigen eine Männerfreundschaft zu leben, offen, ich glaube, das hat auch damit zu tun, eine Sunna wiederzubeleben, ja, in einer Zeit, wo es schwieriger ist, an der Religion festzuhalten, als ein glühendes Stück Kohle. Und vielleicht würden wir, wenn wir dies offen leben würden, Menschen, die solche Gefühle in sich tragen und die in dieser Gesellschaft homosexualisiert werden, sexualisiert und homosexualisiert werden, wir würden ihnen zeigen, wo ihr Platz ist. Wir würden ihnen zeigen, wo sie hingehören. Wir würden ihnen zeigen, dass der Islam eine Basis für diese natürlichen und guten und richtigen Gefühle bietet. Und nennt mir irgendeine andere Religion, liebe Geschwister, die dafür eine Grundlage bietet. Für diese natürlichen Gefühle. Und ich weiß, ihr seid alle, mehr oder weniger, die meisten von euch, ein wenig irritiert. Vor einem knappen Monat habe ich meinen Kopf in ähnlicher Weise, ich weiß ja nicht genau, wie das war, ja, nur ungefähr, auf den Oberschenkel eines der der Jugendlichen draufgelegt. Und subhanallah, der hat einen knallroten Kopf bekommen, ja, als ich ihn danach angesehen habe. Total irritiert, das heißt, geht mit euren Gefühlen um. Fragt euch, warum sind sie dort? Fragt euch, wie viel wurde euch eingeimpft von dieser Gesellschaft? Oder von auch unseren Kulturen. Aber was keine Grundlagen unserer Religion hat. Das heißt, das ist etwas, was unsere Religion bietet, liebe Geschwister, und etwas, was wir auch ruhig in diese Gesellschaft tragen sollen. Selbstbewusst, kein Problem. Ja, wo ist das Problem? Wenn der Prophet das getan hat, sallallahu alaihi wassalam, und wir lieben ihn mehr als irgendeinen anderen Menschen, dass wir auch Ähnliches tun, liebe Geschwister. Nun will ich auch in Richtung Selbstkritik, liebe Geschwister, ansprechen, wie wir mit homosexuellen Muslimen umgehen. Allein dort ist vielleicht schon bei dem einen oder anderen so ein Alarmknopf gedrückt worden. Homosexueller Muslim, wie passt das zusammen? Geht nicht. Wer Muslim ist, der ist nicht homosexuell. Aber, liebe Geschwister, Tatsache ist, Tatsache ist, es gibt Muslime, die haben Iman an Allah Ta'ala, die beten, die fasten, sie geben Sadaqa oder sind entfernter von den Säulen, aber haben ihr Bekenntnis nicht widerrufen. Und sie leben homosexuell oder haben homosexuelle Neigungen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, liebe Geschwister? Und zuallererst halten wir fest, Imam Matahawi, möge da mit ihm zufrieden sein, in seiner Abhandlung über Aqida, er hat festgehalten, Wir schließen niemanden aus dem Islam aus. Niemanden von den Leuten, die sich Richtung Mekka richten, von den Muslimen, schließen wir aus dem Islam aus, aufgrund einer Sünde. Das ist das allererste, was wir wissen müssen. Der Homosexuelle, der sich zum Islam bekennt, er ist Muslim. Solange er sich diese Sünde nicht erlaubt, nachdem er ausreichend theologische Studien betrieben hat und die Klarheit der koranischen Sprache versteht, ist er immer noch Muslim. Wenn er die Klarheit der koranischen Sprache versteht und dann am Ende sagt, ich mach was ich will, das ist etwas anderes, aber das hat auch nichts mit Homosexualität zu tun, denn da geht es um das Prinzip. Wenn jetzt beispielsweise jemand nach ausreichenden Studien dazu kommt, zu sagen, Rauchen ist Haram und es ist für ihn eindeutig und er will sich darüber erheben und sagt, ich mach was ich will oder das ist für mich erlaubt und er hat keinen Entschuldigungsgrund und er hat kein falsches Verständnis etc. Ja? In dem Moment erhebt er sich über die klare Aussage von Allah. Verstehen wir das? Das heißt, es geht hier nicht um Homosexualität an sich, sondern das kann man austauschen durch andere Dinge, durch andere Dinge, die klar formuliert worden sind als Verbot beziehungsweise als Gebot, was man nicht leugnen darf, wie beispielsweise die Verpflichtung zum fünfmaligen Gebet. Diese Person, liebe Geschwister, sie ist also ein Bruder im Islam oder eine Schwester im Islam. und liebe Geschwister, wir sind sehr abschreckend. Ich frage mich so oft, warum sind so viele Menschen, die natürlich, sie sind in größeren Sünden gefangen, aber warum beten sie nicht? Warum besuchen sie nicht die Moscheen? Warum haben sie kein muslimisches Gemeindeleben? Und liebe Geschwister, oftmals ist es deswegen in sehr vielen Fällen, dass wir sie als Muslime abgeschreckt haben, als Moscheegänger sie abgeschreckt haben, als Betende sie abgeschreckt haben. Vielleicht sogar mit einer scheinbar guten Absicht. Nein, das darfst du nicht und wenn du das machst, dann darfst du dies und jenes nicht. Aber liebe Geschwister, das Gebet ist für alle da. Die Moschee ist für alle da. Und ich kenne Fälle persönlich, wo jemand die Moschee gesucht hat und das Gebet erlernte und wie gesagt, am Anfang seiner Religiosität stand und ja, er wirkte ein wenig anders, das ist mir nicht entgangen, aber ich freute mich umso mehr, dass er den Weg in die Moschee gefunden hat und den Weg in die Gemeinde gefunden hat. Und ich bin mit ihm umgegangen wie mit jedem anderen auch, in Sachen Begrüßung und Verabschiedung und dann irgendjemand Jugendlicher er spricht ihn direkt an, sag mal du bist doch homo, oder? Und du weißt es geht doch nicht und wie traust du dich in die Moschee und 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 hat ihn abgeschreckt und das war der Beginn seines Fernbleibens Lass uns mal über selber sprechen liebe Geschwister das allererste ist dass sie nach Prioritäten vorgehen wie auch der Schaitan nach Prioritäten vorgeht nur in umgekehrter Reihenfolge natürlich mit anderer Absicht das heißt wenn der Schaitan jemanden in einer großen Sünde hat gefangen seine nächste Aufgabe ist ihn wenn er Muslim ist das Verständnis seiner Religion zu ändern die Religion zu erneuern ja in Akhida und in A'mal einführen dass man die Religion anders versteht beziehungsweise anders auslebt als sie uns überliefert wurde und danach ist sein nächster Schritt die Person zum Kuffer zu führen und jetzt haben wir jemanden liebe Geschwister der in einer großen Sünde gefangen ist wie viele andere von uns in anderen großen Sünden gefangen sind das heißt was erlaubt was gibt uns das Recht dann zu sagen das ist noch schlimmer und das wird dann irgendwie verstoßen etc ist auch noch mal eine Frage für sich und wir überlassen ihn total dem Scheitan dass der Scheitan seine Arbeit mit ihm machen kann anstatt ihn herzuholen und zu sagen komm her von den großen Sünden zu den kleineren Sünden schon mal ein großer Fortschritt komm zum Gebet dass du nicht betest ist eine größere Sünde als das was du sexuell auslebst oder in dir trägst und was auf Homosexualität hier zu sagen ist liebe Geschwister ist auf noch viele weitere Sachen zu sagen jemand kommt rein und hat vielleicht hat einen Ohrring oder ist tätowiert oder ist ein bisschen anders angezogen gibt sich ein bisschen anders macht hier und da paar kleine Fehler oder fällt ein bisschen auf und wir 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 ekeln diese Menschen weg und geben noch ein schlechtes Gewissen und Subhanallah so schrecken wir ab und der Prophet er sagte ladet ein und schreckt nicht ab wer hat dir das Recht gegeben Menschen abzuschrecken von der Religion wodurch bist du überhaupt zum Gebet gekommen wodurch bist du überhaupt in die Moschee gekommen das zum einen merkt euch Prioritäten zum anderen liebe Geschwister nicht immer ja muss diese Vermutung auch zutreffen jemand denkt er hat Menschenkenntnis jemand denkt er kann so etwas erkennen vielleicht irrt er sich liebe Geschwister ich habe mich schon sehr oft in meinem Leben geirrt ich habe schon öfters gemeint er wirkt homosexuell und am Ende hat sich herausgestellt dass das alles Quatsch war wahrscheinlich auch deswegen weil wir in unserer Gesellschaft bestimmte Eigenschaften jemand der mild ist jemand der viel lächelt jemand der sich gerne unterhält jemand der hilfsbereit ist der sich etwas anders gibt nicht so auf macho ständig macht nicht so die Bewegungen von den Rappern und von dieser Testosteronkultur wisst ihr was ich meine Allah hat ihn anders erschaffen und dann auf einmal ist er schon gleich homosexuell oder was nein Allah ta'ala liebe Geschwister er sagt im Koran in der 49. Sura warnend يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله Oh ihr Gläubigen Jeder ist jetzt angesprochen liebe Geschwister der sich zum Islam bekennt vermeidet viel von den Mutmaßungen meidet es diese Mutmaßungen anzustellen gewiss manche Mutmaßung ist Sünde wir gehen immer vom Gutem aus liebe Geschwister und spioniert einander nicht nach. Versucht nicht, euren Verdacht zu bestätigen und folgt ihm nachts. Wohin geht er? Was macht er? Mit wem trifft er sich? Was ist sein Handy-Passwort, dass ich mal reingucken kann, was er da für Fotos drin hat? Spioniert einander nicht nach. Und keiner soll üble Nachrede betreiben. Möchte einer von euch das Fleisch seines toten Bruders essen? Das tut man, wenn man üble Nachrede betreibt und sagt, ja guck, der hat doch irgendwelche komischen Neigungen, oder? Du isst gerade das Fleisch deines Bruders, das verweste tote Fleisch von deinem Bruder. Will jemand von euch dies? Und Allah Ta'ala sagt, es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist reue annehmend und barmherzig. Das heißt, wir gehen nach Prioritäten vor. Selbst wenn wir meinen, ihn erkannt zu haben, entlarvt zu haben in uns. Wir sind große Detektive. Selbst dann gehen wir nach Prioritäten vor. Aber gleichzeitig, lasst uns diese Gedanken fallen lassen. Vieles der Mutmaßung, liebe Geschwister, ist Sünde und stellt sich oft als falsch heraus. Und handelt nicht danach, indem ihr üble Nachrede betreibt, denn es ist so, als ob man das tote Fleisch von seinem Bruder essen würde. Eine weitere Lektion, liebe Geschwister, wenn ihr meint, jemand bedarf einer, 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 in den Hand, einer Korrektur, dann übertragt das dann diejenigen, die dazu fähig sind. Vielleicht werdet ihr diese Person noch mehr abschrecken. Vielleicht habt ihr nicht diese Gaben dazu. Vielleicht könnt ihr es einfach weiterleiten, wie ihr jede andere Anfrage auch weiterleitet. Fahrrad kaputt, ah, da ist ein Fahrradhändler. Zähne tun dir weh, ah, ich kenne einen guten Zahnarzt. Und das gilt auch in religiösen Angelegenheiten. Ihr wollt jemanden erreichen mit einer Botschaft, aber ihr könnt es vielleicht persönlich nicht, dann leitet ihn weiter. Oder weist einen Verantwortlichen darauf hin. In aller Demut. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, zu jemandem, der viel gebetet hat. Der viel gefastet hat. Der viel Koran gelesen hat. Der viele Bittgebete gesprochen hat. Der sich von der Welt entfernte. Vom Handel und so weiter. Ja, was, wie gesagt, ein Weg ist, aber nicht der einzige Weg ist. Wir brauchen noch gute, vertrauenswürdige, ehrliche, erfolgreiche Händler, die dann viel Sakar bezahlen. Aber das war eben sein Weg. Sein individueller Weg. Auf der großen Autobahn des Islams. Er sagte zu ihm, oh Abu Dhar, ich sehe, du bist schwach in einer Angelegenheit. Deswegen übernimm nicht Verantwortung für zwei Personen. Und verantworte nicht das Vermögen von einem Waisenkind. Denn ich liebe für dich das, was ich für mich selbst liebe. Das heißt, du kannst ein sehr guter Muslim sein, aber vielleicht hast du nicht diese Fähigkeiten, diese Person zu erreichen. Dann leite es weiter. Und der Prophet sagt, ein Amt ist eine Vertrauensaufgabe. Und am Tage des Gerichts mag es Grund für Scham und Reue darstellen, außer für denjenigen, der diesem Amt, der dieser Verantwortung gerecht wurde und seine Verpflichtung erfüllt hat. Seid ihr fähig, diese Arbeit zu leisten, dann leitet sie. Wenn ihr nicht fähig seid, dann leitet sie weiter, liebe Geschwister. Ansonsten erreicht ihr vielleicht das Gegenteil. Weiter, liebe Geschwister. Es gab einen Menschen, der in der besten Zeit, in der Anwesenheit des besten Lehrers, in der Anwesenheit der besten Menschen, der in der besten Umgebung sein Leben verbringen durfte. Einen Propheten-Gefährten, der wiederholt Alkohol getrunken hat und in der Öffentlichkeit auffällig wurde und deswegen eben auch die gerichtlich verhängte Strafe annehmen musste. Alkohol in Medina. Wie kommt man überhaupt da dran, liebe Geschwister? In Medina. Das heißt, die Person hat das auch gesucht. Ein Propheten-Gefährte und wiederholt und nicht heimlich, er ist dann öffentlich auch aufgefallen, weil Alkohol lässt einen die Kontrolle über sich selbst verlieren auch. Aber dafür trägt man ja Verantwortung, man hat sich das Zeug gegeben. Und die Propheten-Gefährten, einige von ihnen sagten, harte Sachen zu ihm, möge Allah dir nicht vergeben. Und Worte, die nicht zielführend waren. Und was sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hört gut zu. Hört gut zu. Einmal für euch selbst und zum Zweiten für andere. Er sagte, sagt so etwas nicht. Ihr helft dem Scheitan gegen ihn. Ist nicht zielführend. Ihr werdet so sein Problem nicht lösen. Und jetzt, subhanallah, der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er toppte diese Aussage, indem er sagte, denn wahrlich, ich weiß von ihm, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. ein Alkoholiker in Medina, ein Alkoholiker in Medina, ein Prophetengefährte, der diese Sünde begehen konnte, ein Prophetengefährte, der diese Sünde begehen konnte, der Allah und seinen Gesandten liebt. Wo ist der Unterschied zwischen dieser großen Sünde und einer anderen großen Sünde? Wollt ihr diesen Unterschied machen? Wer will diesen Unterschied machen? Dieser Bereich gehört einzig und allein Allah Ta'ala, der zwischen Halal und Haram und großer Sünde und kleiner Sünde unterteilt. Dann kommt mit einem Beleg aus dem Koran und der Sunna. Aber lasst uns nicht eine zweite Religion oder teilende Religion erfinden. Das heißt, uns auf den Punkt zu bringen, derjenige, der homosexuell ist und es auslebt als Muslim, trotzdem vermag er Allah Ta'ala und seine Gesandten zu lieben. Wir müssen ihm dabei helfen, diese Liebe richtig auszuleben, liebe Geschwister, und von den Sünden entfernt zu bleiben und ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, für diejenigen, die irgendeine Sünde haben, irgendeine etwas, was nicht in das Herz gehört, nicht in das Leben eines Muslims gehört, auch um die Gemeinde zu schützen, er sagte, Der gesamten Ummah von mir wird vergeben, außer denjenigen, die ihre Sünden offenkundig tun. Dann tut es heimlich, wenn ihr es tun müsst, damit ihr andere nicht dazu einladet, selbiges zu tun, damit ihr das Gewicht der Sünde nicht erleichtert in den Augen der Menschen, die vielleicht eine gute Meinung über euch haben. Und für die ihr Vorbilder seid. Das heißt, ja, ich will, dass Menschen die große Sünden begehen. Ich will, dass sie Teil am Gemeindeleben haben. Wie auch Abdullah, dieser Prophetgefährte, Teil am Gemeindeleben hatte. Und ich will, dass sie beten. Sie müssen beten. Das ist nicht mein Wille, liebe Geschwister. Sei Teil der Gemeinde. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich das gelesen habe, aber ich habe, ich habe erst gar keine Bücher bei mir, mit denen ich mich auseinandersetze, die irgendwelche komischen Sachen sagen. Ich meine, es war eben Taymiyyah gewesen, der sagte, dass diejenigen, die sich für Allah Ta'ala einsetzen und große Sünden begehen, besser sind bei Allah Ta'ala als diejenigen, die die großen Sünden unterlassen, aber sich nicht einsetzen für den Islam. Und selbst wenn dies nur eine Meinung ist, ein Itchdihad, diese Person ist zum Gebet verpflichtet. Diese Person soll ein Teil des Gemeindelebens sein. Dieser Person soll geholfen werden. Wir müssen auch von Allah Ta'ala verlangen, dass Allah Ta'ala uns hilft. Und wenn wir eine solche Person sehen, wir bedecken die Sünde. Natürlich, wir kümmern uns darum, dass diese Person weg von dieser Sünde kommen kann, indem wir auch die Menschen zum Gebet führen. Denn wer betet, liebe Geschwister, er wird, wie wir wissen, weniger sündigen, er wird weniger schwerwiegend sündigen, er wird schneller zur Taube finden und diese Taube wird langanhaltender sein. Und verrichte das Gebet, denn wahrlich das Gebet hält dich ab von den schändlichen und von den abscheulichen Taten. Und wenn du weißt, eine Person sündigt im Geheimen und hat das auch versucht, im Geheimen zu tun und er weiß, dass es eine Sünde ist und er arbeitet auch dran, diese loszuwerden und ihr wischt trotzdem eine Person dabei, deckt diese Sünde zu. Denn der Prophet sagt, derjenige, der die Sünden zudeckt von anderen, dem wird Allah Ta'ala auch seine Sünden zudecken. Im Diesseits, liebe Geschwister, wie auch im Jenseits. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani Adama khatta' wa khaira khatta'ina tawwabin alle Kinder Adams begehen Sünden und die Besten von denjenigen, die Sünden begehen, also von allen Menschen, das sind diejenigen, die bereuen. Jeder Einzelne von uns hat Fehler. Jeder Einzelne von uns begeht Sünden, hat Charakterschwächen. Möge Allah Ta'ala uns allen dabei helfen und mögen wir uns gegenseitig dabei helfen, im Gehorsam Allah Ta'ala gegenüber. Das heißt, am Beispiel der Homosexualität, aber als Prinzip für alle Sünden, betet und seid Teil der Gemeinde, der muslimischen Gemeinde und lebt in Islam dort, wo ihr leben könnt und fangt bei den Pflichten an, setzt euch Prioritäten, wie auch der Islam Prioritäten gesetzt hat und entweder diese Neigung wird weggehen, Alhamdulillah, ihr seid befreit, wie auch der junge Mann befreit davon war, Sinner begehen zu wollen, nachdem er mit dem Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ein, ja, väterliches Gespräch hatte, ein prophetisch-väterliches Gespräch hatte, liebevolles Gespräch. Er war befreit, er wollte nicht mehr. Und was ist, wenn das nicht klappt aufgrund unserer Schwäche, weil wir auch nicht richtig verlangen, von der Sünde wegzukommen, von Allah Ta'ala. Wir haben immer noch diese Neigung, dann lebst du sie nicht aus. Und für das Nicht-Ausleben dieser Neigung bekommst du sogar Belohnung. Du hast etwas in dir, was nicht gut ist, aber du hältst es zurück, du kriegst Belohnung dafür. Und wenn du es auslebst, und egal was du auslebst, dann bereust du. Das ist der Weg. In Bezug auf diese Frage und auf alle anderen Fragen auch. Und da gibt es keinen Sonderweg, liebe Geschwister. Tut Gutes, Allah Ta'ala sagt im Koran, Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den Stunden der Nacht, die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Und das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allah Ta'alas gedenken. Und andere, die ihre Sünden zugeben, sie haben Gutes mit Schlechtem vermischt. Auf das Allah Ta'ala ihnen vergeben wird. Und Rasa im Koran bedeutet sicherlich, wie die Koran-Kommentatoren festgehalten haben. Sicherlich, liebe Geschwister, wird Allah Ta'ala all denjenigen vergeben, die ihre Sünden zugeben. Sicherlich. Eine Garantie im Koran, in der neunten Suche um den hundertsten Vers herum. Aber Allah Ta'ala geht sogar noch weiter, liebe Geschwister. Und andere, von denen Allah Ta'ala spricht im selben Zusammenhang, ihre Angelegenheit ist bei Allah. Entweder er vergibt ihnen oder er wird sie bestrafen. Das heißt, diejenigen, die nicht dazu kommen, ihre Sünden zu bereuen und anzuerkennen, selbst ihr Fall ist noch offen. Allah mag ihnen vergeben, wenn er will. Ihre guten Taten mögen ihre schlechten Taten überwogen haben. Die Fürsprache vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam möge angenommen sein. Oder die von einem anderen Fürsprecher. Oder das Leid und die Prüfung in diesem Leben nimmt hinweg, was diese Person an Sünden mit sich gebracht hat. Oder die Strafe im Grab. Oder das Stehen am Tage des Gerichts. Und noch weitere Dinge, liebe Geschwister, die aus dem Koran und aus der Sunnah bekannt sind, dafür, dass sie von den Sünden wegnehmen und die Vergebung von Allah Ta'ala nach sich ziehen. Ja Allah, ja Tawwab, ja Rahim, ja Rahman, ja Wadud. Oh Allah, bitte, führe uns zum fünfmaligen Gebet. Oh Allah, bitte reinige unsere Herzen durch das Gebet. Oh Allah, bitte lass uns Teil dieser Gemeinde sein. Oh Allah, Teil der Ummah vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sein. Lass uns uns einsetzen auf deinen Wege auf deinen Wege mit den Gaben, mit den Gaben, die wir von dir bekommen haben. Oh Allah, zum Wohle der Unterdrückten, zum Wohle der Kranken, zum Wohle der Bedürftigen, zum Wohle derer, die Trost brauchen. Oh Allah, Oh Allah, bitte helf uns, dass wir unser Leben dafür geben, Oh Allah, dir dienen zu dürfen. Oh Allah, bitte nimm uns die Sünden aus unserem Herzen heraus und das Verlangen nach diesen. Oh Allah, bitte führe uns zum fünfmaligen Gebet und bitte führe uns dazu, Tag zu Tag dir näher zu kommen, Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam von dir beten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam bei dir Schutz und Zuflucht gesucht hat. Segne bitte alle Propheten und alle Gesandten und all diejenigen, die ihnen folgen. Lass uns zu der Letzteren gehören. Allahumma amin. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Mohammed wa ala ali Mohammed wa ashabihi Mohammed. Liebe Geschwister, wir werden nun nach dem Ende der Khutba die Gemeinde unterstützen, die Aktivitäten unterstützen. Ich darf auch darauf aufmerksam machen, dass unser Bericht in Sachen Öffentlichkeitsarbeit nun auf unserer Homepage ist. Ihr geht auf unserer Homepage und dann auf Aktivitäten oder auf den Verein. Klickt dann auf Referenzen und dann werdet ihr sehen, wo wir alles, Islam und Muslime, repräsentiert haben. für das Jahr 2014. Wir haben für das Jahr 2014 über 550 Gäste im Rahmen von 24 dokumentierten Moscheeführungen gehabt. Das ist ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, liebe Geschwister. Alhamdulillah, bitte unterstützt weiterhin diese Aktivitäten, auf das Allah ta'ala auch euch unterstützen möge. Allahumma amin. Morgen, liebe Geschwister, ist Brüder Treff um 17 Uhr, wie immer, um 19 Uhr, um 7 Uhr. Es geht um die Jugend und wie man eine gefestigte Jugend verbringen kann. Der Schwestern-Treff fällt am Sonntag aus aufgrund eines Planungstreffens. Aber es gibt um 17 Uhr nach dem Maghreb-Gebet einen Vortrag von Bruder Rida al-Hosseini. Am Montag gibt es eine Kundgebung gegen Rassismus und auch Islamfeindlichkeit, bekanntermaßen ab 18 Uhr am Römerberg. Und morgen gibt es auch eine Kundgebung, wo auch Abraham Melzer von der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten unter anderem sprechen wird vor der Zeilgalerie zwischen 2 und 4 Uhr. Wenn wir nun beten, liebe Geschwister, lasst uns dieses Gebet beten, als sei es unser letztes Gebet, im Wissen, dass Allah Ta'ala uns hört und uns auch antwortet. Aqim al-Sala.